Modern Warfare 2 in 2022. Ich habe euch gefragt, ob ihr Bock habt auf ein YouTube-Video, was ich auf Stream aufnehme. Ein richtiges YouTube-Video. 10.000 Aufrufe in 48 Stunden. 795 Likes, fast 800. Ich denke, ihr habt Bock. Es macht mir richtig Spaß. Ich habe sogar jetzt noch die Remastered-Version gekauft. Und wir gehen jetzt rein und werden diese Kampagne in den Arsch fi- Spiel fortsetzen. Ja. Oh nein, die Musik schon wieder. Ich bin hyped. Wunderschön. Aber das überspringen wir. Eingabetaste. Oh nein, ich habe nichts zum Überspringen. Nein, ich habe nichts gebeindelt. Okay, nächste Mission. Oh. Oh. Er zieht sich Johnny durch. Würde Gott los. Im Game. Alter. Die Pause ist vorbei. Irgendwie kann man so cool sein. Irgendwie kann man so cool sein. Haben wir da wirklich Pause gemacht? Weiß ich. Hallo? Achso. Ich muss selber aufstehen. Uff, Alter. Ich habe die Schwierigkeit jetzt auch höher gestellt, so wie ihr es gefordert habt. Ne, mit Apple-V sieht es schon nice aus, oder? Wenn wir weitergehen? Muss ich gedrückt halten, oder? Step für Step. Ja, ja. Hier bleiben auf meinen Zeichendaten. Oh mein Gott. Es sieht schon deutlich besser aus, muss man sagen. Seht ihr das auch, dass meine Hand da irgendwie nicht so ganz stimmt? Okay, das Eis ist stabil. Mir nach. Korrekt aber, dass er das getestet hat. Gänsehauptmission. An die erinnert mich ich auch noch aus MW2. Würde ich sagen, MW2 beste Kampagne eigentlich. Halten sie eher Maus. Womps! Was er aber auch gebraucht hat jetzt hier gerade. Ja. Ah, okay, abwechselnd. Junge. Kann ich nach unten gucken? Ne. Ich sage einfach mal tief. Ich weiß, ihr seht ja, dass das Eis kaputt geht. Ist das ein Ding? Oh! Geht's dann auf, oder? Okay, wenn er um Eis geht. Wo ist er? Hallo? Ist er noch da? Uh! Ich hab's auch gedrückt. Habe ich? Alles gut. Alles gut. Okay, ich bin nur teig. Einfach hier. Alles gut. Korrekter Dude. ZGG an der Stelle. Nehmen wir mit. Ja, ja. Wie heißt der eigentlich? Mac Trash. Mac Tevis. Drei, zwei, eins. Jetzt kommt Tevis. So, nice. Herzschlag-Sensor. Ja, bis da. Der blaue Punkt bin ich. Unbekannte Kontakte erscheinen als weiße Punkte. Okay, kurz. Junge, bodenlose Mission. Folgen. Oh. Alles gut, bin da. Hey! Bin da. Bro, es macht so Spaß. Ohne Scheiß. Hallo. Hallo. Hey. Och, komm schon. Ey, geil. Kleiner Buddy-Shoot. Die Jungs würden Sniper spielen auf Caldera. Ähm, wie sieht's aus? Loadout? Ich muss aufhören. Ich bin das jetzt ernst. Oh. Ich hab was? Kann ich mal... Ich wollte markieren! Sie übernehmen den da links. Bei drei. Eins. Zwei. Drei. Gut gemacht. Mausrad ist nicht markiert. Scheiße. Oh Mann, okay. Die Ruhe jetzt. Es ist viel, viel nicer, die Remastered-Version zu spielen. Aber die hat auch, glaube ich, wieder 60 Euro gekostet oder 50? Enttäuschend. Ich weiß, es gibt auch Gamepad-Controller-Support, aber bodenloser Input-Delay. Das ist wirklich ganz schlimm. So kannst du nicht spielen. Boah, geil. Das war noch nie eine gute Idee. Ich aber auch. Oh, ist das so nice. Oh mein Gott. Da sind aber... Ich sag einfach mal ein paar, ne? Spielt ihr alle kein Geist? Das ist doch doof. Dürfen die Alarm schlagen oder so? Steht da einer? Oh mein Gott, das ist so nice. Was hat er? Kein einer Russisch? Das ist ja übel nice. Slide-Cancel geht leider nicht. Ist ja einer drin oder einer oben drauf? Nee! Wurde ich nicht? Wie? Das ist ja Quatsch. Nee, das filmen wir jetzt auch. Das ist ja albern. Oder werde ich hier mal entdeckt? Ich habe ja wie gesagt, die Kampagne früher nicht so ganz bewusst gespielt. Ja. Wo? Da, hab ihn. Danke, danke, danke. Denkel da. Habe ich Drohne? Warte, kann ich Wallbank? Oh, 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 oh. Dropshotten, dropshotten. Funny, hopp, tot. Oh, ich sag einfach mal, ist nicht so gut gebaut, die Waffe. Da hat jemand Stylers Video geschaut. Der flinch ist ja bodenlos. Ich bin Fortnite. Moshpit einfach. Oh, tot, tot, tot. Junge, ich find's noch am Tryhardt mit Moshiki-Watt. Sorry. Sorry, Trainer war meiner. Digger, also der flinch ist ja wirklich krank. Ist das gut? F. Nice. C4. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber es ist so nice gemacht. Man sieht nicht. Was hat er? Können BMPs sein. Bereich Meiden. Okay. Aye, aye, Sir. Ich lauf hier außenrum einfach. Meine Augen tun weh einfach. Ich hab sechs Stunden gerade Warsung gespielt. Oh. Oh. Nehmt er noch? Ey, ne Minimap wär top, ne? Checken die eigentlich, dass ich da bin? DD? Ja, du Angeber. Ich bin doch auch unterwegs. Oh. Oh. Lauf! Lauf! Bin da. Das ist mein Kollege. Alles gut. Seid ihr Sommer- oder Winterkinder? Alright. Komm, jetzt werden Mütter ges***t. Attacke! Oh. War nur einer. Was hat er? DVD? Was soll ich noch? Okay. ACS-Modul. Gibt's hier Finisher eigentlich? Nee, ne? Junge, Finisher wäre so nice. Ich wollte... F? Auf einmal ist wieder beste Sicht draußen. Roach, ich bin aufgeflogen. Stillverhalten und Feuer einstellen. Hier ist mein Herr Pärow. Oh. Und jetzt! Aber mit Hass! Mit Hass! Überlebt der eigentlich? Ja, ja, ja. Licht an der Wand. Oh, der Flinsch, der Flinsch. Ich muss an den Flinsch denken. Bin da. Kann ich da eigentlich, äh... auch so springen? Stirb. Granatenwerfer? Nee, hab ich nicht, ne? Aber warte, ich hab normale Granaten. Ich weiß jetzt auch, wie man die wirft. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Any Sim? Wo ist Osten? Ah, ich muss da hin. Auf nach Magdeburg. Der Sound ist ja insane, nice, oder? Alles gut? Oh! Und... One-Tap immer. One-Tap, Headshot. One-Headshot. Eins. 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 Weiter geht's. Zack, 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 zack. Jo. Steuerung umgestellt. Welche Deckung? Achso, ich pass weiter. Was ist das denn? Lauf, 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 lauf. Und mit Hass da jetzt runter. Mit Hass. Uh. Oh. Ja. Machst du gut. Ich schick noch einen hinterher. Jungs. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich muss nachladen. One-Tap, one-Tap, one-Tap. Aim-Lap. Spatz. Machst du auch irgendwas, Alter? Oh. Fuck. Hab ich. Oh mein. Jungs, insane. Er ist schrecklich. Nein. Das habe ich ganz vergessen. Motto des Tages. Oh. Ah ja, ich serve. Durchs Unterholz. Witzig, dass man im Spiel von 2009 die Sachen besser steuern kann, als jedes einzelne Motorrad jemals in... Oh, so ein... Junge, es ist Griech. Wuhu. Komm, ich fahr hier oben lang. Ich mach's bisschen cooler. Oha. Junge, ist das ne... Hey. Pff. Ich muss einfach gar nichts machen. Aber nur gerade ausschießen. Oh mein Gott. Das war Absicht. Aber es war ein bisschen lustig, ich sag dir ehrlich. B.L. Bisschen lustig. Ein Z.B.L. Okay. Wir waren am Checkpoint. Alles gut. Okay. Knallgas jetzt. So. Das ist mein Kryptonite, der Baum da. Ich kann nicht noch schneller. Oder? Oha. Uh. What? Dinkel da. Wo muss ich hin? Ah. Junge, was eine geile Muggelscheiße. Junge. Also ey, 10. Wie geil ist das Spiel, bitte? Ja, bist du denn erfüllt, oder? Bro. Der Rest von Kommando 141 hat das ACS reingebracht, Alan. Zwei Mann haben meine gesamte Basis erledigt. Von ihnen erwarte ich noch mehr. So. Speicheln. Und Ende. Das war ein weiterer Teil von Modern Warfare 2 in 2022. Die Kampagne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist und ihr den nächsten Teil sehen wollt, ich achte da ganz genau drauf. 500 Likes. Wenn ihr da Bock drauf habt, würde mich sehr drüber freuen. Ein kostenloses Abo. Und ich hoffe, ihr habt noch einen weiteren super, mega Hammertag. Kuss. Bis zum nächsten Mal.